Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heutella und herzlich willkommen wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns freut euch heute wieder so einen kleinen Achievement-Guide präsentieren. Heute geht es um den Erfolg Stückwerk und für dieses Achievement müssen wir Halkias in den Hallen der Sühne auf den Fähigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem er alle drei Splitter von Halkias wieder absorbiert hat. Wie funktioniert das Achievement? Als allererstes solltet ihr wissen, ihr müsst ein bisschen Trash vorm Boss wegräumen. Und zwar solltet ihr eigentlich die kompletten Laufwege freiräumen, heißt auch verschiedenste Putts mitnehmen, dass ihr schön Platz habt, denn ihr müsst den Boss dann einmal pullen und durch die halbe Instanz ziehen, also zumindest durch die halbe Instanz vorm ersten Boss müsst ihr ihn rumkiten und dann wäre es suboptimal, wenn ihr den ein oder anderen Trash-Mob dabei habt. Ihr könnt übrigens die meisten Leute auch von der Gruppe aufgemountet lassen und dementsprechend einfach nur die Tanks und den Heiler abgemountet. Der Rest braucht eigentlich jetzt nicht großartig hier drauf DPSen, denn es dauert relativ lang, bis er an den ganzen Spots dran ist. Wo sind diese drei Spots? Und zwar haben wir ja in der Instanz drei große Ads und diese großen Ads, wenn die gekillt werden, hauen die immer ihre Energie auf den Boss mit drauf und dann kann man, glaube ich, den Boss erst angreifen. Und in die Position, wo diese Ads standen, müsst ihr dementsprechend den Boss hinziehen. Ihr habt gesehen, zwei haben wir gerade schon abgeklappert. Der dritte Spot ist dann hier hinten noch, wo ich das blaue Markt gestellt habe. Und an diesen drei Spots muss der Boss einmal kurz stehen. Wenn er dort steht, macht er so eine kleine Animation. Das ist so ein rotes Anima einsaugen. Das sieht man relativ schlecht. Und das war es. Es ist anscheinend unabhängig davon, wo ihr die Ads getötet habt. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, tötet die Ads auch an diesen Spots. Dann seid ihr halt einfach auf einem sicheren Feld. Aber ihr müsst ihn eigentlich nur da hinziehen und dann umbrezeln. Es ist ein bisschen nervig. Der Boss castet ständig was. Man muss in diesem blöden Kreis bleiben. Also man kann auch nicht ewig weit vorlaufen, weil man ja sonst einen Haufen Schaden die ganze Zeit bekommt. Es ist eklig. Wir haben es so gemacht, dass wir ihn einmal zu den ganzen Spots gezogen haben. Dann hat Tean gemacht, haben und weggebrezelt, haben gesehen. Bei uns kam es Achievement. Gut, das war es soweit mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr euch positiv bewertet. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.